Hallo Jemi, hier ist der Erik aus Raus aus dem Haus Blog und heute möchte ich ein Thema ansprechen, mit dem ich mich seit einiger Zeit beschäftige und was mich auch schon seit einiger Zeit beschäftigt. Und zwar hat der ein oder anderes mitbekommen, Danika und ich gehen Man-Trail. Das ist Man-Trailing. Es setzt sich aus den beiden englischen Begriffen für Man, Mensch, und Trail, verfolgen, zusammen. Und bedeutet mir eigentlich nichts anderes als eine Personensuche. Danika und ich machen das momentan noch im nicht-professionellen Bereich als Beschäftigung, als Suchspielen. Wir haben eine Versteckperson, die von unserer Trainerin irgendwo hingesetzt wird. Wir bekommen einen Geruchsartikel, ein Tuch, eine Socke, ein T-Shirt, egal was. Danika wird auf die Pferde gesetzt und wir verfolgen diese Pferde, bis wir die Versteckperson gefunden haben. Das ist eine tolle Beschäftigung für den Hund, weil er kann mit der Nase arbeiten. Für den Hund ist das das Natürlichste auf der Welt, mit der Nase zu arbeiten und jetzt darf er es. Und wir fördern es sogar. Und ganz wichtig, wir belohnen es am Schluss. Jetzt gibt es viele kommerzielle und auch nicht-kommerzielle Veranstalter, die Man-Trailing anbieten. Also Hundetrainer, Hundeschulen, Hundesportvereine. Da kann man das schön mit dem Hund trainieren. Man kann es mit jedem Hund machen, das ist überhaupt kein Problem, weil mit der Nase arbeiten ist für einen Hund das Natürlichste der Welt. Schnüffeln können die. Man kann es allerdings auch mit jeder Rasse machen. Es ist vollkommen egal, ob es ein großer oder ein kleiner Hund ist, ein leichter oder ein schwerer Hund. Ein Bernadina kann es genauso machen wie ein Dackel, das ist überhaupt kein Problem, weil es macht ihnen ja in erster Linie Spaß. Es soll eine Beschäftigung sein, es soll ein Training sein, es soll Spaß machen. Daher kann man das im nicht-professionellen Bereich absolut mit jedem Hund machen. Für einige Hunde ist es sogar eine absolute Therapie. Viele schüchterne und zurückhaltende oder ängstliche Hunde können anhand dieser Nasenarbeit und einer erfolgreichen absolvierten Fährte tatsächlich auch Selbstbewusstsein entwickeln. Sie können sicherer werden. Sie werden von vielen Sachen abgelenkt, weil sie eben konzentriert auf der Spur sind. Und lernen somit auch in der Umgebung sich zu bewegen, ohne jetzt, keine Ahnung, leinenaggressiv zu sein, zu pöbeln, zu randalieren. Es muss nicht so sein, aber es kann halt so sein. Und ich kann halt wirklich nur jedem empfehlen, probiert es mal aus. Schaut mal in eurer Umgebung nach Trainern, nach Anbietern, nach Hundeschulen, die Mantrailing anbieten und macht einfach mal ein Schnuppertraining. Also ich kann hier mal so zwei Trainer in der Caption verlinken, das ist überhaupt kein Problem. Dann, das ist jetzt hier im Köln-Bonner-Bereich, woanders gibt es natürlich auch Anbieter. Man kann das allerdings auch professionell machen. Dann muss man sich allerdings im Klaren sein, dass das viel Arbeit ist. Man muss im Klaren sein, dass man bei jedem Wetter draußen ist, da ist nichts mit. Heute regnet es, aber ich habe keine Lust zu trainieren. Wenn es regnet, regnet es. Wenn es schneit, schneit es. Wenn es dunkel ist, ist es dunkel. Muss man halt raus. Da geht es tatsächlich dann um Menschenleben. Mantrailer werden ganz, ganz häufig, leider ist das so, da kann niemand was für. Es ist einfach eine Tatsache, mit auf demenzkranke Personen, auf die Suche nach demenzkranken Personen geschickt, die in einem Seniorenheim abgängig sind. Die Leute wissen nicht, wo sie hingehen. Das Personal kann nicht immer auf 24 Stunden auf diese eine Person aufpassen. Es kann passieren, dass ein Pfleger schlicht und ergreifend woanders beschäftigt ist, die Person geht raus, spazieren, ist verschwunden. Dann würde man als Profi, wenn man alarmiert wurde, eine Geruchsartikel sichern. Das wäre zum Beispiel ein T-Shirt, ein Nachthemd, ein Kopfkissenbezug, irgendwas, wo der Geruch dran haftet. Das würde man in so einen Zipbeutel packen, würde den Mantrailer an der letzten bekannten Stelle auf die Spur setzen. Das führt häufig zum Erfolg. Nicht immer, wie bei jeder Suche ist es halt so. Die perfekteste Variante wäre natürlich, der Mantrailer ist auf der Spur, bis er sie entweder verliert oder das Ganze geht in den Wald. Dann würden die Flächensuchhunde eingesetzt und zeitgleich würden halt auch noch Personenretter in der Nähe sein, die dann halt unterstützen können. Das wäre jetzt die professionelle Variante. Wenn ihr euch dafür interessiert, fragt einfach mal bei einer Hilfsorganisation nach. DRK, Malteser, ASB, keine Ahnung. Es gibt so viele Feuerwehren, haben Personenhunde. Und viele haben halt auch mittlerweile Mantrailer in ihrem Sortiment, sag ich mal, in ihrer Gruppe. Weil es einfach so ist, Flächensuchhunde sind toll auf der Fläche. Die können in kurzer Zeit eine große Fläche absuchen. Mantrailer sind toll, wenn es auf einer Spur irgendwo lang geht. Und man muss konzentriert auf dieser einen Spur bleiben. Schaut einfach mal, was euch so interessiert und schaut mal, wer es so anbietet. Wenn euch das Thema interessiert, ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren. Bleibt bei uns. Es wird auf jeden Fall immer wieder mal Videos geben oder Erklärungen zum Mantrailing, weil Danika und ich sind da absolut begeistert von. So, und jetzt macht euch raus aus dem Haus und bis bald im Wald.